Warnung! Dieser Virus ist kein Scherz, das Ausführen dieses Virus wird Ihren PZ töten und Sie werden alles verlieren, was Sie auf Ihrem Computer gespeichert haben. Sie müssen eine virtuelle Maschine wie VMware und VirtualBox verwenden, bevor Sie diesen Virus ausführen. Wenn Sie diese Nachricht verstehen, können Sie sie auf eigene Gefahr herunterladen. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.